Ja, der war ja dieser Naja, Stefan Henschel und diese Kiez-Doku, also dieser Ausschnitt. Komm, dann fangen wir einfach damit an heute. So bin ich zu weit weg vom Mikro, gell? Ja, so bist du halt Hallig. Hallig-Hoge. 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 Da war ich sogar. Echt? Ich war noch nie auf einer Hallig, aber wir haben das erstaunlicherweise im Erdkundeunterricht bis zum Gehtnichtmehr irgendwie Hallig gemacht. Ja, ich war da ja vor zwei Jahren, oder wann das war, als ich damit in die Hand war. Ja, das war, insofern war mir das ja auch nicht so bewusst, dass es ja tatsächlich eine große Inselfläche ist, wo man so rüberlaufen kann, wo Supportplätze stehen, aber die dann halt überflutet wird, weil die nicht eingedeicht ist. Und dann braucht man die Halligen quasi, wo dann auf dieser Insel sind halt irgendwie acht Halligen oder so. Und hier ist es so ein kleines Dorf für sich, wo so drei, vier, fünf Häuserchen sich aneinander quetschen. Das ist ganz witzig. Ich fühle mich wieder zurück im Erdkundeunterricht bei Herrn, oh, wie hieß der? Herr Vollmer, glaube ich. Ah ja, zieh mal an. Ja, Grüße gehen raus. Praktisch. Also hier dieser Typ, also ganz berühmt für Leute, die es noch nie gesehen haben. Es gibt so ein Internet-Meme aus den 2000 und irgendwann, ich glaube so 2005 oder so muss das gewesen sein. Da taucht er dann so ein Typ auf, so ein Kiezgrößentyp halt, läuft mit einem Kamerateam, wird interviewt, läuft über die, ich meine über die große Freiheit, erzählt er so, ja und dann, ja und dann, irgendwann waren es dann halt 26 Damen, erzählt er halt so über seine Kiezkarriere und dann kommt so ein dünner Hänfling mit Schnauzbart und dunklem Haar, kommt so ins Bild und sagt irgendwas, was so klingt wie Tütteling. Und kriegt dann von Stefan Henschel eine unglaubliche Backpfeife serviert und so, hast du noch ein Problem, geh weiter. Ah, und ist auch ein guter Freund, dann lenkt er halt so ab und sagt, ah, das ist auch ein guter Freund von mir, hallo Werner. Und das Ganze kommt aus einer Dokumentation über, boah, jetzt Hermann oder Herbert Gruppe, den Boxprinzen, der als Prinz von Homburg geboxt hat in den, lass uns mal die 60er. Und auch mal irgendwie einen Meisterschaftskampf hatte und da beschissen wurde. Und da schon so Kiez-mäßig unterwegs war. Ich glaube, das gehörte in der Zeit auch so ein bisschen zusammen, dass halt dieser Boxkeller und, ähm, dass da halt so die, sowohl am, das Profiboxen da auch mit, mit dem Kiez verbandelt war. Naja, dieser, äh, Boxprinz, der hat ja dann, hat Weltruhm errankt oder zumindest weltweite Bekanntheit durch eine Filmrolle. Äh, sind wir übrigens gerade beim Ugli-Homburg? Nachdem wir das Ur- und das Bad-Homburg ja schon hatten. Geil, dann nehmen wir das, dann nehmen wir das hier wirklich als die, als die Folge über den Ugli-Homburg und machen für die Folge, die wir tatsächlich aufnehmen wollen, nochmal ein anderes Intro. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Ähm, oder auch, sehr geil. Ja, auf jeden Fall, der machte eine Karriere? Ja, der hatte nochmal eine Filmrolle, eine Filmkarriere, eine Filmrolle in Ghostbusters 2. Was? Ja. Als Vigo. Ghostbusters 2, da muss ich jetzt auch mal ganz tief kramen, wie ausführlich ich das eigentlich gesehen habe. Was ist denn da, was ist denn da die Storyline? Die von Ghostbusters 1 ein bisschen anders. Äh. Das ist, glaube ich, so ein Cash, so ein Cash Grab, den sie ein paar Jahre danach gemacht haben. Ja, ja. Ist schon viel schlechter, haben wir als Kind aber nicht gemerkt. Ja, das ist ja ganz häufig so gewesen. Also ich meine, das ist ja klar, wie gerade Thema war, Quartermain und Indiana Jones war auch nicht groß zu unterscheiden. Ja, ich glaube, ich habe aber auch erst Quartermain gesehen und dann Indiana Jones, meine ich. Auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch die Suche nach dem grünen Diamanten vom Nil oder so ähnlich. Oh, hey, mit, 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 mit Michael Douglas. Michael Douglas und sie ist auch irgendwer. Kathleen Turner. Genau. Overdrive. Kathleen Turner Overdrive. Die Turner Overdrive, sehr gut. Gibt es garantiert auch eine Band, die so heißt. Packen wir in unsere Playlist mit dem Titel Geschichte ungenügend. Nein. Stimmt. Herbert oder Hermann Gruppe spielt Vigo, die Geißel der Karpaten in Ghostbusters 2. Ach krass. Ach, das ist Ghostbusters 2 mit Vigo, der Geißel der Karpaten. Ja. Das ist ja interessant. Und der war Boxmensch in den 60ern. Genau. Und so ein später Geißel in den 80ern. Ja. Und Stefan Hentschel war irgendwie so ein Weggefährte. Ich kriege es nicht mehr ganz zu sagen. Okay, verstehe. Herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend. Dem heiteren Geschichts-Podcast mit, äh, Geschichts- und Popkultur-Podcast mit mir, Janni Imhoff und meinem exzellent vorbereiteten Gast offenbar heute, Abel Schavier Unsinn. Hi. Schönen guten Tag. Hallo. Haben wir eigentlich jemals deinen Namen aufgedröselt, wo der herkommt? Das können die Leute gerne selber machen, weil erstens ein Großteil unserer Hörerschaft möge das, wird das vielleicht wissen. Und die neue Hörerschaft, die das nicht weiß, die darf gerne raten. Ist aber schwierig. Da machen sie es spannend. Okay, gut. Dann. Ja, Witze, die man erklärt. Auch Witze, die jetzt auch jetzt relativ, sagen wir mal, Special-Interest-Witze sind. Die soll man vielleicht besser nicht erklären. Das ist witzig, weil. Ja, du hast recht. Aber vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was wir hier machen. Wir machen eigentlich das, was alle machen, wenn sie einen Geschichts-Podcast machen oder zumindest fast alle. Ich bereite derzeit im wöchentlichen Wechsel immer ein langes und ein kurzes spannendes Thema aus der Weltgeschichte vor, das du nicht kennst und unvorbereitet hier reingehst und reagierst und ab und zu von mir gezwungen wirst, aus irgendwelchen Geschichts-Epochen Grundlagenwissen zu vermitteln. Und nebenbei lasse ich dich immer, lasse ich das eigentliche Thema noch ein bisschen im Wagen und fühle dich erstmal auf die falsche Fährte. Und nebenbei und oft auch zum Schluss machen wir wilde Exkurse in die Popkultur, so wie das, was ihr gerade hier am Anfang hören musstet, als wir über Ghostbusters 2 und die Geißel der Karpaten gesprochen haben. Richtig. Und genau, diese ganzen Popkultur-Referenzen, damit ihr uns das auch alles glaubt, dass es das wirklich gibt, packen wir jeweils immer noch in unsere YouTube- und Spotify-Playlists. Die findet ihr unter dem Suchbegriff Geschichte ungenügend oder einfach als Link hier unten in den Shownotes. Ja, ansonsten hören, abonnieren. Lasst bei Google oder bei Apple Podcasts eine Bewertung oder ein Review da. Ja, demnächst hat Spotify auch Bewertungen, habe ich jetzt, also unseren, ja, unser. Müssen wir ja mal was vorbereiten, damit wir uns selber bewerten können. Unser Podcast, ich habe so viele Fake-Accounts, achte drauf, eine Bot-Armee, die, ja, habe ich günstig von so Impfgegnern gekauft. Nee, aber Quatsch. Und wer das richtig geil findet, wie wir hier so parlieren, der kann uns unter buymeacoffee.com slash ungenugend, that's buymeacoffee.com slash ungenugend, könnt ihr uns einen Kaffee oder sonst irgendwelche hochkoffeinierten Fizzy-Drinks spendieren. Oh ja. Ja, was haben wir heute? Worauf hast du denn heute Bock? Ich habe heute Bock auf Kaffee, den trinke ich nämlich gerade. Okay, gut. Vielleicht Sport. Okay, gut, machen wir. Gut, super. Sagst du dir manchmal, bevor wir uns treffen vor einer Folge, oh, hoffentlich nichts mit deutschen Kolonien oder irgendwie Egelkram oder gehst du da immer völlig frei rein? Ich bin unvorbereitet und da bin ich ein ganz, ganz ordentlicher, da bin ich ganz professionell dabei in meiner Unvorbereitetheit. Ja, aber wie sagte schon ein ehemaliger Kollege von mir sowieso, Beggars can't be choosers. Ja, genau. Okay, wir steigen ein. Wir haben nämlich heute einen ganz großen Bogen zu spannen und einen ganz großen Zeitraum zu überbrücken und fangen an mit Herakles. Oh. Puh, ja. Weißt du was über Herakles? Äh, ähm, ja, Griechen, nicht? Hm? Oder wir können ihn auch unterscheiden. Später in Rom hat Herakles. Das ist schon Historiker, oder? Nee, keine Ahnung. Alles klar. Euklid. Nee, das ist ein Reakles. Reakles kenne ich. Nee, Herakles war irgendwer, sag mal. Griechischer Sagenheld. Herakles. Herakles. Ja, Odysseus kenne ich. Ja, ich kenne die Riemale durcheinander. Okay, okay, dann, ähm, ja, die machen, die machen ja oft immer sehr ähnliche Sachen. Äh, mit den Göttern verwandt sein oder von den Göttern aus unehelicher, äh, aus unehelicher Beziehung abstammen und die Götter ärgern. Ja, bevor du weiterredest, das ist so ein bisschen, ähm, äh, für mich ist das immer so ein bisschen, ist das alles ein Universum oder haben die da Paralleluniversen? Also sind, kommen Odysseus, Herakles und all die ganze Soße alle irgendwie gemeinsam in einer bestimmten Zeitenreihenfolge zusammen? Oder ist das so ein Crossover-Ding, was nur ab und zu mal sich berührt? Das ist eine ganz tolle Frage, weil so diese ganze griechische Sagenmythologie, das ist ja nicht so, dass das irgendwie auf einen geilen, riesen Text zurückgeht. Also ich meine, klar gibt's die, 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 die Odyssee und die Ilias von, von Homer, wo viel von dem aufgegriffen und verschriftigt wird. Also, aber letzten Endes ist es, glaube ich, so ein, heute würde man, glaube ich, sagen Cinematic Universe. Genau, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Und es ist ja alles dann also Oral Tradition wahrscheinlich. Ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo wir dann eben doch ein paar, äh, paar schriftliche, äh, Quellen haben. Und es ist ja halt auch so, dass real existierende, durch andere Quellen belegte historische Könige zum Beispiel drin vorkommen, denen dann eben aber auch mythische Fähigkeiten oder sowas zugeschrieben werden. Das gibt's dann ja auch tausend Jahre später oder tausend, fünfundet Jahre später mit, mit Edda und, und Nibelung, Lied ja auch das Gleiche. Da bin ich unheimlich raus. Das machen wir dann in einem Reverse-Geschichte-Ungenügend, wenn's heißt Ungenügend-Geschichte. Ja, genau. Also, ohne Witz, also über irgendwie nordische Mythologie weiß ich ungefähr so viel wie aus einem halben Thor-Comic von Marvel. Ja, ja, also ein paar Namen kenne ich, aber diese, naja, diese Edda ist ja, das ist ja vor allem dann auch diese ganzen Könige und Nibelung, Lied und Hunden und das ganze Gedöns. Aber egal, wir sind also jetzt ein paar Jahre vorher. Genau. Das war aber nicht der mit dem Ausmisten von dem Stall, das macht Odysseus, oder? Das war genau der mit dem Ausmisten vom Stall, wobei vielleicht Odysseus musste das ähnlich, wurde von den Göttern ja auch zu allem Möglichen verknackt. Aber ich glaube, das Ausmisten des Augias-Stalles war eine der zwölf Arbeiten des Herakles, wie man sie, oder Herakles, wie man sie nannte. Entschuldige, jetzt kommt ein ganz großes Unwissen von mir. Herakles ist Herakles? Ja. Ach. Also ich fühle mich ein bisschen wie bei versteckte Webcam. Ja, ich bin absolut blank, was das angeht. Ich habe das nicht ordentlich gelernt. Ich merke das schon. Hast du nie mal irgendwie die griechischen Sagen des Altertums mal wenigstens mal in so einer Kinderversion durchgeblättert? Nee, sowas gab es mal in der Schule, gibt es das natürlich, macht man das so wie in der vierten Klasse oder sowas, bei Sagen, vierte, fünfte Klasse oder so. Hatten wir auf jeden Fall gemacht und das hat mich nie so richtig gepackt und fand ich halt dann, war mir irgendwie nüschte. Okay. Also ich kenne da so ein paar Storys, aber wie das alles zusammenhängt. Ja gut, okay, Manteau. Brauchen wir jetzt auch nicht, wir brauchen nämlich nur zwei sehr kleine Ausschnitte. Fangen wir nämlich an mit Herakles. Und Herakles, Zitat Wikipedia, war bei der Göttin Hera in Ungnade gefallen, worauf diese ihn in den Wahnsinn schickte. Dem Wahnsinn verfallen, warf Herakles seine zwölf Kinder ins Feuer. Um sie von seiner Schuld zu befreien, wurde er dazu verdammt zwölf Jahre dem König Eurystheus zu dienen, oder Eurystheus zu dienen, der ihm zwölf Aufgaben auferlegte. Zwölf ist die richtige Zahl. Yes. Und eine der Aufgaben, und zwar die erste dieser zwölf, die werden auch die zwölf Arbeiten genannt. Also zwischendurch so ein Maler, Lackierer, Accountmanager im SEA-Bereich. Und das erste ist nämlich den, ach hey, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, das muss man mit enden, der neimerische Löwe. Round and about, heißt der so. Er sollte diesen Löwen eben fangen und erlegen. Und dann stellt sich aber in dieser Sage raus, dieser Löwe ist unverwundbar. Also er schießt Pfeile auf ihn ab, aber merkt, das Fell, die Haut sind nicht durchzudringen. Und wie immer bei den griechischen Sagen, die geilen Typen haben eine List. Und diese List besteht darin, dass er das Herakles, ich benutze das jetzt einfach Synonym, dass Herakles den Löwen in dessen eigenen Bau in die Enge treibt, sozusagen den Ring verkleinert. Und diesen dann, weil er ihn eben nicht mit Schwert und Klinge und so weiter verletzen kann, er ringt ihn nieder. Ja, also Waffen können ihm nichts ausrichten, dementsprechend vermöbelt er den Löwen einfach. Willkommen zur nächsten Wrestling-Folge von Geschichte Ungenehmend. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber du wolltest eine Sportfolge, selber schuld. So, und das war Herakles, der den Löwen niederringt. Ein anderer, und ich traue mich jetzt fast schon gar nicht, den zweiten aufzumachen, nämlich Theseus. Ja, das ist halt auch so einer. Was weiß ich denn, Minotaurus kenne ich, das hat mit Theseus nichts zu tun, ich weiß nicht. Theseus kenne ich, ich weiß es nicht. Der Minotaurus hat sehr wohl was mit Theseus zu tun, denn Theseus erlegt den Minotaurus in der Geschichte. Fuck, ich kenne das nicht aus. Das tut mir fast ein bisschen leid, dass ich da dermaßen ins leere Wespennest stoße. Ja, aber das ist ja auch mal schön, wenn ich da... Ist auch egal, ja, aber genau, was du da hast, wie Labyrinth, hier Knossos im Palast und dann mit dem Faden, ja, das ist die Geschichte. Und was er dann eben auch macht, und das ist in diesen Zeitgenössen und späteren Darstellungen, zum einen, teilweise hat er ein Schwert, aber in erster Linie in diesen Darstellungen ringt er ihn auch nieder. Aber Theseus, also wer ist denn das Theseus wieder? Das ist noch ein Dritter. Es gibt auch noch Odysseus, Herakles, Theseus. Und Theseus, ja. Ah. Was der jetzt genau gemacht hat, habe ich tatsächlich hier auch nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, wir empfehlen mal, vielleicht gibt es so ein schönes YouTube-Video, so einen Einstieg in griechische Mythologie oder griechische Sagen des klassischen Altertums, dass wir uns alle da nochmal weiterbilden können. Ja. So, jetzt hatten wir genau Herakles und Theseus und die beiden habe ich jetzt rausgekramt, weil die beiden gelten als die mythischen Begründer des Pankration. Hast du schon mal von Pankration gehört? Ich kenne Punkrock. Hm, die Pankration, das ist bestimmt so ein Album von, keine Ahnung, ZSK oder Dödelhaie, weiß ich nicht. Nee, Pankration ist, wenn man das Schreiben von Podcast-Folgen immer so aufschiebt. Die Prokrastination, die kenne ich. Das ist, ja, Prokrastination klingt so ähnlich. Nein, Pankration ist übersetzt sowas wie Allkraft oder der Allkampf. Ah, okay. Und dieser Allkampf ist anders als jetzt zum Beispiel das Boxen oder das Ringen eine sozusagen vollständige Kampfkunst, wird das in der Literatur bezeichnet. Das umfasst Techniken aus dem Boxen, also Hauen, dem Ringen und es gibt aber auch Drittel, Hiebe und Würfe und das Einzige, was verboten ist. Und das war aber auch nicht überall im antiken Griechenland so. Das ist das Beißen. Das Beißen war, glaube ich, überall verpönt, aber das so in die Augen, in die Augen prokeln und in die Weichteile hauen und greifen, war, glaube ich, in Teilen Griechenlands verboten. In Sparta natürlich erlaubt, gehörte zum guten Ton. Sprechen wir aber auch noch mal. Also wie bei Ufts. Genau wie bei Ufts. Und das ist, Spoiler, so ein bisschen die zweite Hälfte. Wir reden erst mal über Pankration. Ja. Und das ist das Schöne, so ein bisschen, wenn in einer alten Geschichte, das hat mir im Studium auch immer schon sehr viel Spaß gemacht, es gibt ja nicht so viele Quellen. Ja. So, das heißt, es sind immer neue Historiker, die sich um dieselben drei, vier Schriftstücke und Tempel und Amphoren scharen. Und ganz selten wird da mal wieder was Neues ausgebuddelt. Da verschwimmt ja auch so ein bisschen, ich hatte das vorhin gerade schon mal angedeutet, auch so dieses historische Erzählung, Mythologie und ja, teilweise ist halt eben auch die moralische Geschichte da drin, dass du diese Geschichten halt auch einem, irgendwie einmal einem Bildungs-, aber auch einem Unterhaltungszweck und aber auch einem moralischen Zweck dienen sollten. Dementsprechend ist da sehr schwer rauszudröseln, wen es dann wirklich von wann bis wann gab und wie es denn, wie es im Historismus... Und wie es denn wirklich war. Wie es denn wirklich war. Ja, und das ist ja auch eigentlich das Uninteressanteste an der Geschichte, wie es denn wirklich war. Oh Gott, dafür gibt es Ärger. Naja, okay, nee, nicht ganz. Naja, aber wir haben jetzt über Pankration selber nur relativ wenig schriftliche Quellen, aber sehr viele archäologische Quellen, heißt Darstellung, bildliche Darstellungen auf zum Beispiel auf Vasen. Ja. Aber auch so Statuen und Skulpturen. Der erste offizielle Nachweis, wo auch Pankration als solches genannt wird, stammt aus dem siebten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wo entweder 647 oder 648 vor unserer Zeitrechnung bei den 33. Olympischen Spielen Pankration für erwachsene Männer eingeführt wurde. Dann aber nochmal, dann kann ich da meine Fußhunde noch einwerfen, weil das ist witzig und das ist witzig, weil es heute passiert ist. Ich mich nämlich heute darüber unterhalten habe bei einem netten Spaziergang, wie das eigentlich ist, ob eigentlich alle Sportgeräte irgendwo mal Waffen waren, war erstmal meine steile These und dann kamen wir zum Diskus. Aber Diskus war doch niemals, Diskus war doch sicherlich auch eine klassische griechische Sportart, habe ich jetzt mal vermutet, oder ist das etwas moderneres? Nö. Wie kommen die darauf, einen Diskus zu bauen, weil das ist doch bestimmt niemals eine Waffe gewesen. Frisbee war auch nicht so angesagt. Das finde ich ist eine sehr gute Frage und wir haben das nochmal ein bisschen, auch so den Zusammenhang von Pankration, also der körperliche Kampf untereinander hat natürlich eine sehr viel, da kann man die Brücke zum Kriegshandwerk, zur Kriegskunst, der relativ leicht schlagen. Beim Diskus ist es so, beim Speer, ja, hands down, machen wir. Kugel stoßen, ja, schmeißt du dem halt einen Stein an den Kopf. Diskus, I don't know. Geiler Punkt, finde ich total spannend, lustig, dass ihr ausgerechnet heute darüber gesprochen habt. Ja, fand ich wirklich witzig. Machen wir vielleicht in der Fußnote in ein paar Wochen. Ja. Reichen wir nochmal die Geschichte des Diskus-Wurfs nach. Und ja, Pankration war die letzte Sportart, die bei den Olympischen Spielen eingeführt wurde, also bei den Olympischen Spielen der Antike. Die Kämpfer, ich hatte das glaube ich schon genannt, wurden Pankratiasten genannt und es gab das, was man heute als Ringrichter bezeichnen würde und das waren die Heladoniken und die fand ich total spannend. Die gab es nämlich bei den Olympischen Spielen und die hatten noch mehr Aufgaben und das fand ich ganz toll. Die haben die Regeln überwacht bei den Wettkämpfen selber, waren aber auch sowas wie Funktionäre oder ich glaube dann bei den Olympischen Spielen, ganz modern sagt man das, Stewards oder so, halt auch so ein bisschen Ordner. Und haben bei den anreisenden Athleten auch Medizinchecks vorgenommen, auf der Herr Djokovic auch ja geimpft ist und die Leute wurden in Augenschein genommen, so anhand des Alters und das wurde unterteilt in Knaben und Männer. Ah, okay, ja. Heißt, es gab dann so, sonst so Gewichts- oder sowas, Klassen gab es nicht, aber es gab tatsächlich Altersklassen, irgendwie Kids und erwachsene Männer. Ja, und bei den Kids war es so, dass das Pankratien für Jüngere erst sehr viel später eingeführt wurde, ich meine erst im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeit Rechnung. Wie gesagt, es gab ja keinen Geburtsnachweis oder Impfpass oder so. Mehr so Augenmaß. Ja, zur Durchsetzung der Regel waren die Heladoniken mit Ruten beziehungsweise Knüppeln ausgerüstet und so wurden halt Schummler dann einfach verwämst. Zum Beispiel, wenn man ansonsten kann, dass die Regierungsmaßnahme gelbe Karte haben, sondern nicht erfunden gehabt, da musste man halt gleich nur dazwischen gehen. Die Trillerpfeife wurde erfunden. Am. Das ist so die eigentliche Geschichte heute. Nee. Ja, und dann gab es auch so Leute mit Peitschen, die bei einem Frühstart dann dazugehauen haben. Ach, das ist ja lustig. Ja, gut, dass das Jürgen Hingsen 1988 in Seoul nicht passiert ist. Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal im Vorgeplänkel drüber gesprochen, dass der hatte da, ist ein bundesdeutscher Zehnkämpfer gewesen, der bei den Olympischen Spielen in Seoul, nachdem er 1984 Gold gewonnen hatte, hat er dann 1988 beim, ich weiß nicht, ob es der Hürdenlauf oder der Langströmlauf war. Das war, glaube ich, gleich erst der erste Wettbewerb und das ist doch immer 110 Meter Hürden, genau. Ja, okay, super, damals, der wurde da nach drei Fehlstarts disqualifiziert. Genau, und sein ewiger Kontrahent, Daly Thompson, hat den vorher halt irgendwie wuschig gemacht und verunsichert. Ja, das stimmt, die hatten viel Trash-Talk, aber da habe ich mal genauso, die haben sich wohl versöhnt. Ich habe nämlich über Jürgen Hingsen auch ein bisschen nachgelesen. Ja, ich auch, die sind Best Buddies, aber damals war das ganz schlimm für Jürgen. Ja, zurück zum Pankration. Ja. Ich hatte das ja gesagt, es gibt über den Techniken über den Faustkampf, den es natürlich auch olympisch gab, Pygmee. Und Ringen natürlich auch wahrscheinlich. Genau, das Ringen-Pale im Stehen. Also sprich, das ist ja auch heute noch so, die Unterscheidung bei den modernen olympischen Spielen, dass zwischen Freistilringen mit Bodenkampf und griechisch-römischen Ringen aus der aufrechten Position unterschieden wird. Beim Kampf Pankration war aber, wie ich hatte schon gesagt, viel mehr erlaubt. Und der Kampf endete mit dem K.O. des Gegners oder der Aufgabe mit entweder Zeigefinger zeigen oder wenn man in einem Würgegriff hängt, dass man dem Kampfgegner draufklappst und sagt, Feierabend reicht jetzt, danke. Ja, oft genug gab es Tote und Schwerstverletzte dadurch. Wie kommt's? Zwischendurch eine Zeit lang gab es auch so einen Box-Handschuh, der aber eher so war wie ein Schlagring. Heute dienen ja Box-Handschuhe in erster Linie dazu, feste zuhauen zu können, ohne sich selber die Knöchel kaputt zu machen. Und da diente es dazu, den Faustschlag einfach noch zerstörerischer zu machen. Oder auch einfach der Würgegriff, also auch wenn der Schiedsrichter da mal den Knüppel ausgepackt hat, wurde der Würgegriff vielleicht nicht gleich sofort gelöst. Ja. Teilweise sind auch beide umgekommen, weil die sich gegenseitig so dreckig gegeben haben, da wurde dann Posthum auch der Sieger. Es gab es halt auch, dass jemand die Olympischen Spiele als Leiche gewonnen hat. Na super. Weißt du was über Zuschauer bei dem Zeug? Boah, das ist eine exzellente Frage. Hab ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Reichen wir auf jeden Fall super gerne nach, wie viele Leute da waren. Also man kennt das ja alles durch Filme und auch durch die Bauwerke. Kennt man das natürlich aus der römischen Geschichte, was da an Zuschauern war. Aber das war natürlich schon nochmal eine andere Gesellschaft und viel größere Städte und ich glaube eine ganz andere Gesellschaftsstruktur, sodass sie gar nicht weiß, ob es das Konzept zur Zerstreuung mal zum Sport gehen halt bei den Griechen schon gab. Nun, da war es ja nicht nur die Zerstreuung, das war ja auch religiöser Akt. Eben, ja, aber im Gegensatz zu dem römischen Zeug, wollte ich sagen. Achso, ja, ja, nee, genau. Rom war es halt, ja, da wurde auch noch ein bisschen mit rumgeopfert. Klar. Ja, aber ja, dass Leute irgendwie zum Sport gehen und ich glaube auch, also es sind Athletinnen und Athleten, nee, Athletinnen, nicht Quatsch, das rede ich. Es sind Athleten halt aus den ganzen griechischen Stadtstaaten, wenn wir jetzt so von der klassischen Zeit reden mit Athen und Sparta und so weiter, sind aus allen Ecken Leute gekommen und sind dann aber auch für sozusagen, jetzt, da gab es ein wenig Schlachtenbummler, würde ich sagen. Vermutlich, ja. Wobei der, vielleicht viel besser passte der Begriff damals. Also die kamen auch um, da warst du gerade. Ja, die kamen auch um und gekämpft wurde Nackidei und eingeölt und gekämpft wurde aus lockerem Sand, das heißt, nach kürzester Zeit dürften die Punkartisten ausgesehen haben wie zwei panierte Schnitzel und am Schluss lagen sie, und am Schluss dann halt wie ein frisches Pfund Mett, keine Ahnung. Und sau anstrengend muss das sein, ja. Ich glaube, diese Kämpfe waren wahnsinnig kurz. Ja, okay, weil die sich gleich voll doof und so. Entweder geht es halt schnell, ich glaube halt auch gerade, dass du eben dann, du gehst dann halt vom, entweder gibt es halt in der stehenden Position, den Knockout, oder es geht dann in die liegende Position, da hast du dann irgendwann das Bein von jemandem oder den Arm von jemandem oder irgendwie die Finger in der Nase, bis der dann sagt, komm, reicht. Aber meine Vermutung ist, dass die Kämpfe eher drei Minuten als 30 Minuten gedauert haben. Ich hatte ja schon gesprochen von den Bildquellen, also dass wir viel von so Vasen haben. Und wir haben auch ein paar Skulpturen, das sind dann aber halt oft so wie so Renaissance-Imitationen von römischen Sachen, die ihrerseits auf einem griechischen Original beruhen. Und da kommt raus, dass die unheimlich schon gut darin waren, diese Körperpositionen abzubilden und die Anatomie dieser Muskeln abzubilden. Dann kommt auch raus, die waren auch damals schon ganz schön swole, ja. Das gab also diese kleinen Heldendasch, swole heißt so viel wie Muskelbepackt. So wie, die sind schon ein bisschen angeschwolen. Angeschwolen, also dicke Muckis war auf jeden Fall am Start. Und es gibt ja auch immer so Anekdoten dann über die einzelnen Kämpfer. Der eine habe einen so und so großen Fuß gehabt, was dann heißen müsste, der muss dann mindestens irgendwie über zwei Meter groß gewesen sein und hat locker 200 Kilo gewogen. Ja. So kam ich übrigens auf den Diskus, weil irgendwie kamen wir auch zu dieser, es gibt ja diese Statue, wo er da diesen Diskus so in dieser klassischen Bewegung da so hängt und den Diskus daraus feuern will, ja. Was wir dann noch sehen, dass diese Sachen alle heute noch relativ modern aussehen. Du meinst die Haltungen, wie die da gedauert werden? Die Kampfhaltungen und wie das auf den Vasen und diesen Skulpturen aussieht und aber auch diese Griffe und so weiter. Man kann sozusagen sagen, ah, das ist ein so und so Griff. Könnte man sozusagen aus dem heutigen Repertoire. Ich meine, klar, der menschliche Körper hat ja nur eine bestimmte Zahl von Hebeln und Gelenken und die zu manipulieren auf eine bestimmte Art und Weise, hat sich anscheinend über die letzten 3000 Jahre relativ wenig verändert. Was bei anderen Sportarten aber anders ist, wenn ich mir Fußball von vor 100 Jahren angucke, das sieht anders aus. Oder Tennis von vor 80 Jahren oder was man da für alte Aufnahmen mal sieht. Ja. Also bei allen Sachen, wo eben mehr Technik und mehr Hilfsmittel erfordert sind in dem Sport, sag ich jetzt mal, wenn man es so nennen möchte, da ändert sich halt mehr. Also jemanden umwerfen und jemanden angreifen und dann wegschleudern, das ist halt, ja, das lässt sich nicht mehr viel drehen. Nee, also ich glaube, jemandem ob die Schnüss geben hat halt einfach eine längere Geschichte als einen Ball in ein Tor schieben. Ja. Boah, steile These jetzt hier, aber dafür sind wir auch bekannt. Ja. Ja, und eine dieser Sachen, es hat dann auch heute so bis in die, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zur modernen Popkultur, eine dieser Bewegungen und dieser Abbildungen hat sich in der Popkultur ganz berühmt niedergeschlagen. Nämlich gibt es eine Darstellung von einem Tritt in die Front des Gegners mit der Ferse vorge... Das ist jetzt unheimlich schwierig, das zu erklären. Ich könnte es dir jetzt davor machen, aber dann wird es vielleicht ein Versicherungsfall, wenn ich hier ausrutsche. Ja. Ist das ein Arbeitsunfall, wenn wir so wenig Geld mit dem Podcast verdienen? Ach, dieses Karate-Kar-Ding, was man auf so Spookies immer sieht, auf Aufklebern, die an der Wand hängen, wenn man... Also so ein Frontkick gegen den Solarplexus, das Gegenüber. Ach, das kommt von so einer griechischen Vase. Und das kommt von einer griechischen Vase. Und das wurde natürlich aufgegriffen, wie viele andere Sachen aus dem Pankration, in Zack Snyders Verfilmung der Schlacht bei den Thermopylen. 300. Hast du 300 gesehen? Ja. Das ist das, wo der da immer Spatter schreit. Genau, diese Szene, wo er diesen Gesandten, diesen persischen Gesandten, this is madness, no, this is Sparta, packen wir natürlich in die Playlist. Wie er ihn halt so wegtritt, ist nicht nur unheimlich witzig gemacht, sondern tatsächlich auch auf einer historischen Quelle beruht, dass es gab diesen Frontkick. Das hätte ich natürlich sofort in die asiatische Kampfkunst gesetzt. Und da, ach guck mal, kommt im nächsten Absatz. Springen wir mal, ja, springen wir mal, also wir haben aus dem, guck mal, das ist auch der einzige griechische Schreiber, den ich hier noch aufgeschrieben habe. Wir wissen aus dem Begricht des Phylostratos über die Schlacht bei den Thermopylen, wissen wir, dass die Spartaner, nachdem ihre Speere zerbrochen und ihre Schwerter auf dem Boden lagen, ihre persischen Gegner mittels Pankration auch bekämpft hätten. Okay. Gut, springen wir ein bisschen weiter zu einem der berühmtesten Pankratisten, zumindest Hobby-Pankratist, wenn ich das so rausgelesen habe, Philipp II. von Makedonien. Ah ja. Der Vater von Alexander dem Großen. Der solle mit seinen Soldaten sich gerne im Pankration gemessen haben. Und ich nehme mal eine eher lockere Sparring, dass die Leute auch vielleicht ein bisschen lockerer gemacht haben gegen den Chef. Aber auch sein Sohn Alexander der Große hat für seine Elite-Einheiten auf sehr renommierte Pankratisten gesetzt. Und das ist auch jetzt, erwähne ich mal einen dieser Leute, nämlich Dioxipos. Dioxipos war auch dadurch bekannt, dass er bei den Olympischen Spielen 332 vor unserer Zeit, also jetzt, wir nähern uns Leid jetzt, weil woher wissen wir, was da alles genau wichtig ist? Welches wichtige historische Datum lernt man so leicht auswendig? Was ein Jahr, das mich Lügen vorher war? I don't know, ist das keine Reise? Ist das, ja genau, das ist das. Das mit dieser Schlag, das ist doch, genau, genau. Das passt ja auch weiterhand. Ich muss ja ein bisschen, das, dem ich jetzt vorhin mit den Mythen so daneben gelegen habe, muss ich das auch zumindest irgendwie erklären, dass ich jetzt schon noch irgendwie weiß, wer Xerxes war und dieses ganze Gedöns. Nee, das ist ja auch egal, aber okay. Also es war auf jeden Fall gut, sagen wir mal so, es ist nicht ganz egal, weil wir mitten in den, und jetzt bin ich da auch nicht super sicher, aber mitten in diesen ganzen Perserkriegen sind. Und dementsprechend offensichtlich trotzdem Olympiaden abgehalten werden konnten. Die, ja, soll ich da jetzt den unangenehmen Klugscheißer raushängen lassen, dass Olympiaden immer nur die Zeit zwischen den Olympischen Spielen waren und die Olympischen Spiele, Olympische Spiele, jetzt haben wir es mal gesagt, vollkommen angemessen, vollkommen angemessen. Um es auch nie wieder zu erwähnen. Nee, Dioxipos hat das Pankration 332 vor unserer Zeit gewonnen, weil alle anderen Gegner sich entschlossen hatten, nicht anzutreten. Die haben sich lieber von den Ringrichtern verwemsen lassen, so Strafe, und irgendwie sind entehrt nach Hause, als sich gegen den Typen dahin zu stellen. Das ist halt die Frage, ob sie das gemacht haben, weil der so krass war oder weil er der Kumpel von Alexander ist? Gute Frage. Oder ob sie alle gekauft waren, um zu sagen, guck mal hier, das ist unser Champion. Ja, und Kampfsport und Bestechung, gehe ich jetzt heute nicht so sehr drauf ein, aber das, ja, naja. Man weiß es nicht. Pankration hatte weniger Glück. Es wurde zwar noch dann die weitere Jahrhunderte bis ins Römische Reich betrieben. Jedenfalls gab es dann die Olympischen Spiele auch irgendwann nicht mehr und Pankration geriet halt einfach in Vergessenheit. Beziehungsweise der Name berief in Vergessenheit, weil dass sich Leute gekloppt haben und Leute zugeguckt haben werden, wie sich Leute gekloppt haben, das wird es auch im Mittelalter gegeben haben. Ganz genau. Aber über mittelalterlichen Allkampf habe ich jetzt soweit nichts. Was noch ganz spannend war, dass eben gerade über Alexander den Großen wurde halt so, ja, haben die vielleicht dann aus Asien Leute getroffen, die dann eben auch sowas hatten. Und da gibt es, glaube ich, nichts Belastbares drüber. Wir können aber vielleicht mal ein paar Videos verlinken, wo über mögliche Kontakte zwischen zum Beispiel so China und dem Römischen Reich berichtet wird. Ja, das ist ganz spannend. Ich meine, Alexander war selber ja auch irgendwie bis nach Industal gekommen. und keine Ahnung, was zu der Zeit da irgendwelche chinesischen Dynastien gemacht haben. Die waren auch schon am Start. Ich habe auch keine Ahnung, ob diese ganzen asiatischen Kampfsportgeschichten, ob die auch so alt sind. Vermutlich schon, kann man mal davon ausgehen. Weil warum sollen die sich nicht auch gekloppt haben? Haben sie ja Krieg auch geführt. wird vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Vielleicht, wenn ihr jetzt zuhört, habt ihr gemerkt, so Combat Sports, das interessiert mich ein bisschen. Und das werde ich hier auch immer wieder ein bisschen reinschimmeln, genau wie das Kulinarische. Das aber ohne Schimmel, bitte. Das stimmt. Obwohl, na ja, Fermentation, anderes Thema. Und Pankration war die einzige Sportart der antiken Olympischen Spiele, die nicht in die Olympischen Spiele der Neuzeit mit aufgenommen wurden. Ach, okay. Gibt es eine Anekdote, dass der damalige Papst Leo XIII darauf plädiert hätte, damit das jetzt nicht wieder so ein Zeus-Glauben gäbe. Ende des 19. Jahrhunderts. Also, glaube ich, ein Riesenquatsch. Mensch, ich glaube tatsächlich, der gute Pierre de Goubertin und seine Spießgesellen hatten einfach, glaube ich, einfach keinen Bock, dass die jetzt sowas da aus der, aus der, wieder neu aus der Wiege heben, sowas aufkochen und sich die Leute dann gegenseitig tothauen. Also, totgegangen sind bestimmt genug Leute bei irgendwelchen Olympischen Spielen, aber nicht, ähm, nicht gleich so, nicht gleich wie es hauen. Ja. Ist eigentlich beim, Entschuldigung, das ist jetzt wieder ein ganz blöder Exkurs. Ist eigentlich beim Boston Marathon, 1904, Das war ja nicht der Boston Marathon, sondern das ist der St. Louis. beim Olympischen, Entschuldigung, beim Olympischen Marathon, bei den Spielen in St. Louis, war das nicht Boston? Ja, das war, also, dazu muss man ja sagen, man muss sich unbedingt die großartige, es gibt auf jeden Fall eine sehr schöne, äh, Recherche, Dokumentation, äh, über diesen Marathon, ähm, von John Boyce da, von dem, von dem, Espination, da kann man mal nachsuchen, Espination, John Boyce, und dann, äh, St. Louis Marathon, 1904, da gibt es eine sehr schöne Geschichte drüber, ähm, was da alles für ein Unfug gelaufen ist, also, das ist ein Thema für so eine Sendung wie diese hier, aber das ist schon so häufig gemacht worden, das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen, aber, Ja, guckt es euch selber an. Also, da sind, glaube ich, Leute nicht gestorben, aber sie waren sehr, sehr kurz davor. Ja, naja, jedenfalls, Boxen und Ringen gab es halt, ich denke, das war auch, dementsprechend damals auch noch, ähm, also, in der, in der westlichen Welt, einfach auch schon sehr, einfach noch sehr bekannt und kodifiziert, dass es Boxen und Ringen gab, aber dieser Allkampf, den gab es eben, geben nicht wieder. Es gibt jetzt erste Bestrebungen, sowas wieder bei den Olympischen Spielen einzuführen, und in den letzten Jahrzehnten, ist Pankration weltweit auch wieder etwas bekannter geworden, in Griechenland, aber auch durch griechischstämmige Communities in Kanada und den USA, und da ging das los, und ich glaube, in Deutschland findest du jetzt auch das ein oder andere Kampfsportstudio, das Pankration anbietet. Okay, jetzt aber mal ernsthaft, Pankration, was unterscheidet das denn jetzt, das habe ich ja vorhin den Witzen mit UFC schon gemacht, was unterscheidet das denn von dem, weil das ist doch genau das, also warum nennt man das denn heute Pankration, weil man es toll verkaufen kann, als wir machen das hier, was es vor 3000 Jahren schon gab? Ja. Aha. Okay. Wenn du dir, und jetzt, jetzt machen wir den, in Anführungszeichen, den Pivot in die Moderne, ja, ähm, gibt es so zwei, zwei Sachen, zum, zum einen, also der, sich, sich ohne Regel, ohne großartiges Reglement, sich gegenseitig auf die Nuss geben, sieht wahrscheinlich einfach überall sehr ähnlich aus, seien es die asiatischen Kampfsportarten oder was dann später, jetzt, du hattest es mit UFC benamst, da heißt, der, der Obergriff ist, äh, Mixed Martial Arts, also gemischte Kampfkünste und genau das hast du da und Pankration und Mixed Martial Arts unterscheidet sich und da bin ich auch absoluter Laie, ich kann so ein kleines bisschen boxen, ja, unterscheidet sich aber nicht so fundamental. Du siehst halt so ein, so ein Würgegriff von hinten und so ein, in so einer Guillotine-Position sah vor 3000 Jahren genauso aus, wie heute im achteckigen Ring. Und dann gehen wir mal zum achteckigen Ring, um das hier heute ein bisschen, ein bisschen rund zu ziehen und auch in der gegenwärtigen Popkultur anzukommen, was ich halt, also wie gesagt, es gab bestimmt Allkampf durch die, durch die ganze, sowohl asiatische Kampfsportgeschichte als auch im, im Westen, aber nie als große, großes Massenphänomen. Und was aber, was es aber, glaube ich, immer gab, ja, sorry? Ja, ich dachte jetzt gerade mal kurz inzwischen, mal wieder eine kleine, kleine Bremse im 19. Jahrhundert einziehen, auch wenn wir nicht bei unserem geliebten Otto vorbeikommen, aber ich hätte jetzt gedacht, im Zuge von dieser ganzen Körperertüchtigungsbewegung des neuen frühen oder mittleren 19. Jahrhunderts wäre es doch eigentlich naheliegend gewesen, dass man da halt auch gerade, das war ja immer gedacht als Ertüchtigung der Bevölkerung, später halt auch fürs Militär und tralala, wäre es doch eigentlich zu erwarten gewesen, dass es auch sowas wie, ja sowas halt populär geworden ist, aber davon habe ich auch noch nie was gehört, dass es das gegeben hätte. Auch große Ringvereine wird es schon gegeben haben, aber das war es dann auch schon, oder? Ringvereine waren was anderes, die machen wir ein andermal, da habe ich mich auch eine halbfertige Folge, aber Ringen, klar, Ringen war groß und Boxen. Und das zusammengepackt gab es aber jetzt nicht großartig als kodifizierte Sportart, die wir jetzt irgendwie kennen. Was es aber gab und immer wieder gibt und ich weiß nicht, vielleicht auch aus deiner Schulhoferfahrung, so dieses, ja was ist denn die geilste Kampfsportart? Mein Cousin kann Karate, Karate? Ja, ja, genau. So in die Richtung. Ja, ja. Und da begeben wir uns jetzt mal in die 90er, weil diese, das ist genauso dieses, ah ja, Pusli würde Mike Tyson tothauen und so weiter und da gab es in der, über die Zeit nur ganz wenige Sachen, wo das mal versucht wurde zu klären. Ich glaube, wir hatten es mal erwähnt, ein Match zwischen Muhammad Ali aus den 70ern und Antonio Inoki, der ja mittlerweile fast so oft vorkommt wie Bismarck, wo sich Inoki auf den Boden gelegen hat und die ganze Zeit Ali gegen das Schienbein getreten hat. Das sah halt auch scheiße aus, diese Vergleiche. Und genau an diesem Punkt begeben wir uns jetzt zum 12. November 1993 und zwar nach Denver, Colorado. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt also nicht, jetzt kommt also nicht der Herr Gregor gegen den Herrn Pacquiao oder was das da war? Nein, wir gehen ganz zum Anfang. Wir gehen zu einem damals als Pay-Per-View-Event in den USA vermarkteten Kampfsportveranstaltung mit dem Titel The Ultimate Fight Championship. Später UFC. Achso. Geistiger, geistiger Urheber und Vorreiter des Turniers sind die, er ist jetzt ein bisschen verkürzt, die brasilianische Familie Gracie. Die haben in erster Linie durch Helio Gracie so das Familienoberhaupt und dessen Brüder in den 1920ern basierend auf asiatischen Kampfsportarten eine brasilianische Kampfsportart entwickelt, die kennen wir heute als Brazilian Jiu-Jitsu oder BJJ. Aha. Und das hat sich aus dem, und das ist so wie diese, geht auf diese Frage zurück, das gab es bestimmt überall und in Brasilien hieß das Vale Tudo oder Vale Tudo, was so viel heißt wie alles geht. So ein bisschen, das ist auch, da ist der Name halt auch Programm. Und da waren die ganz gut, die sind dann später auch nach Kalifornien gegangen und da haben dann auch so an andere Mixed Martial Arts Künstler so eine Challenge gegeben. Hier, könnt ihr, könnt ihr unsere BJJ-Jungs besiegen in einem Kampf unter folgenden Regeln XYZ. So, und das war, da hat es auch so so ein bisschen, ein bisschen verkürzt die Marketinginstrument, zu sagen, ja hier, guck mal hier, Brazilian Jiu-Jitsu, das kann was. Und im Nachhinein gab es auch ganz viel Kritik, dass so die Auswahl der Kämpfer und die Art und Weise, wie das Turnier gestrickt wurde, dass das alles sehr schwer zugunsten der Familie Gracie und deren Brasilien Jiu-Jitsu ausgefallen ist. Du bist jetzt noch in den 20ern oder bist du schon 93? Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder 93, das über dieses Turnier, über das wir gleich sprechen. Aber wieso haben die das in den 20ern erfunden und 73 Jahre später sind sie dann da aufgetaucht? Ja, die haben das erst mal in Brasilien gemacht und dann in Kalifornien und sind dann eben auf dieses, ja pass auf, gibt es denn irgendwen, der einen von unseren Leuten da platt machen kann? Also es war halt wirklich diese Schulhof-Challenge und das diente halt zum einen dem so Publicity, dass man halt sagt, guck mal hier, wir haben die effektivste Kampfsportart entwickelt und zum anderen eben auch, es gab halt das auch eben als Geschäftsmodell, dass man das bei denen lernen kann, dementsprechend auch als Werbeveranstaltung, Ja, aber diese Diskrepanz von 73 Jahren kriege ich aber noch nicht auf der Reihe. Achso, die haben das einfach angefangen in den 20ern zu entwickeln und die haben das halt so lange gemacht und dass das Ganze zu, in so ein Kampfsportturnier im Fernsehen gemündet hat, das war dann eben halt so ein Zeitgeistphänomen der 90er. Alles klar. Entschuldige bitte, das war, das war jetzt ein, der Sprung von zweieinhalbtausend Jahren eben hat dir nichts ausgemacht, aber wenn ich jetzt mal von den 20ern in die 90er gehe, gleich Geschrei, weißt du? Ja, aber danke, dass ich glaube, ein paar andere haben wir jetzt auch schon verloren unterwegs. Okay, also die, dann machen die 93, machen die da einfach jetzt das Ganze nochmal als Event und lief das denn vorher schon im Underground oder in Hallen irgendwo rum als Wettbewerb und jetzt wird es mal übertragen oder war das eher, wir machen einen riesen Fass auf und machen mal was Neues und zwar gleich im Fernsehen? Ja, eine Mischung aus beidem, ich glaube, das gab es halt vorher in irgendwelchen Gyms, also du kannst es, ich glaube, das ist das nicht so in irgendwelchen Hallen, wo so Zigarre rauchende Leute, die so auf Geld wetten, so wie man es dann, wie in der popkulturellen Verarbeitung, das gab es glaube ich nicht, aber das gab bestimmt jemanden, der irgendwie, ich kann kickboxen und take Bondo, ich messe mich jetzt mit euch. und diese Challenges gab es eben. In 1993 in Colorado, also warum Colorado? Weil die da andere Gesetze haben. Ganz genau. Aber was für welche, weil sie da, weil man da Sport wetten darf? Keine Ahnung. Es gab keine Athletic Commission, die diese Art von Kämpfen irgendwie unterbunden hätte, weil sonst so die Athletic Commissions, da hatten wahrscheinlich Leute aus dem Boxbereich auch ihren, einen gewissen Einfluss und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man da irgendwie in Las Vegas vielleicht keine Konkurrenz haben wollen würde. Weil Las Vegas wäre die offensichtliche Auswahl gewesen für so eine Veranstaltung. Und die Veranstalter waren zum einen zwei Brüder aus der Gracie-Familie, David und Rorion und ein Promoter mit dem Namen Art Davy. Und der hatte eben so, das war so, der so das Zeitgeist-Phänomen repräsentierte, weil zu der Zeit gab es auch sehr gut gehende Videospiele wie Street Fighter 2 und Mortal Kombat, wo im Prinzip diese Frage ja auch verhandelt wird, welches ist der beste Kampfsportler? Ist aus der Zeit nicht auch dieser bekloppte Film? Es gab doch noch so einen Mortal Kombat-Film oder nicht? Es war sogar sehr erfolgreich von Anfang der 90er. Oder ist das später? Es gab den Street Fighter-Film und den Mortal Kombat-Film und die gingen beide auf die Computerspiele zurück. Ja, genau. Ja, okay. Oh, packen wir natürlich in unsere Spotify-Playlist das Titellied aus Mortal Kombat. So eine 90er-Jahre-Dancefloor-Nummer. Schlimm. Düm, 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 düm. Super. Ja, und dementsprechend sieht es halt auch aus wie so ein Street Fighter-Mortal Kombat-Spiel. Es gibt ein Acht-Leute-Turnier. Dieser Art Davy hatte vorgeschlagen, ob man nicht vielleicht diesen Ring, den man als Oktagon, als Innovation gemacht hat, also als Achteck, ob man da vielleicht nicht oben Stacheldraht drauf machen soll. Dann habe ich, glaube ich, die Gracie-Brüder gesagt, nee, nee, wir machen hier schon Kampfsport. Und es wird am Schluss auch keinem die Wirbelsäule rausgerissen. Das ist ja so ein bisschen, das merkt man ja auch schon, das ist natürlich auch immer die Frage, die man am Anfang hatte, wenn man mit diesem UFC-Kram in Kontakt kommt, ist das jetzt hier Boxen oder ist das hier Wrestling? Was ist denn das hier? Also das ist so ein bisschen diese Grenze zu dem Entertainment-Ding von Catchen oder Wrestling, was wir ja schon häufiger hatten. Das ist ja offensichtlich. Nun ja, du hast ja auch jetzt später, denn auch das Personal wechselt ja auch. Ja. Also du hast zum Beispiel einen professionellen Wrestler wie Brock Lesnar. Vorsicht, kann man mal googeln. Und der war dann ja auch UFC-Schwerstgewicht-Champion. Alles klar. Okay, es gibt jetzt ein Event da und da hauen sich acht Leute dann in den Kopf zu Brei. Genau, das Ganze wird als Turnierbaum gemacht und wir packen die, weil es die komplette Veranstaltung auch auf YouTube gibt, packen wir die rein. Kannst du heute Abend auch noch mal gucken? Und ich packe hier noch einen Song drauf und ich packe euch die ganze Veranstaltung auch noch mit drauf. Anderthalb Stunden. Das ist gar nicht so. Also es ist tatsächlich, wenn wir es als historisches Dokument und als historische Quelle betrachten, ist das wirklich unheimlich spannend. Aha. Ich gebe den Turnierverlauf ganz kurz nur wieder. Kann man sich angucken. Hat auch jetzt für die Geschichte keine irgendwelchen längerfristigen Merits. Im ersten Viertelfinale treffen der niederländische Savateur und Karateka. Savat ist eine Art französisches Kickboxen. Also es gab immer diese Arten. Und das war eben nicht nur asiatisch. Und Gérard Gourdeau tritt gegen den hawaiianischen Sumo Telia Tulli an. Das scheinen mir zwei unterschiedliche Welten zu sein. Ja. Und Tulli merkt relativ schnell, dass im Gegensatz zum Sumo das Oktagon Begrenzungen hat. Und rennt da rein, weil ihm Gourdeau ausweicht. Und dann ist das Spiel auch nach 26 Sekunden auch rum. Mit einem unheimlich heftigen Kick von Gourdeau verliert Tulli Zähne und hat dann einen Cut. Und die Ringrichter brechen das halt sofort ab. Ja. Weiß nicht, hätte man auch weitermachen können wahrscheinlich, weil schließlich steht ja Ultimate im Titel. Im zweiten Kampf treten der bemerkenswert unfit aussehende Kickboxer Kevin Rozier. Der hat nach einigen Aussagen fünf Wochen für das Turnier trainiert und in der Zeit 20 Kilo abgenommen. Und der kam auch schon, aber war schon schwerst übergewichtig, als er da angetreten ist. Also keiner, ist auch jetzt leider 2015 an einem Herzinfarkt verstorben. Der kämpft gegen, Moment, habe ich den Namen auch hier, gegen einen Karate-Kämpfer namens Zayn Frazier. Gibt vier Minuten Klopperei, dann wirft Fraziers Ecke das Handtuch und Rozier zieht ins Halbfinale ein. Auf der anderen Seite des Turnierbaums die ärmste Sau des Abends, ein Boxer. Okay. Art Zimmerman. Art Zimmerman. Die haben wirklich schon gesagt, wir brauchen jetzt aus verschiedensten Kampfsportarten unsere Leute und die jagen wir gegeneinander. Ach so, jetzt graf ich das erst. Und wie du es so langsam merkst, schicken die da nicht ihre, die Leute, die sie da finden, das ist vielleicht nicht die Weltspitze. Ja, klar. Das sind auch alles Titelträger und ganz schon ganz renommierte Leute. Also da kann man jetzt nicht den Vorwurf machen, ja, das war ja alles Fallobst. So. Jetzt verstehe ich das Konzept der ganzen Veranstaltung. Alles klar. Ja. Okay. Und ja, Art Zimmerman hat nur an seiner Führhand einen Boxhandschuh. Das steht ihm im Weg, weil sein Gegner ist der junge Royce Gracie. Aha. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit den, nein, natürlich ist er verwandt und verschwägert mit den anderen Gracies. Das ist halt der kleinste, jüngste und dünnste und leichteste Bruder von den Gracies. Aber kann fliegen durch den Ring. Der fliegt nicht, der schnappt den sich, bringt den auf den Boden und dann kriegt er den halt irgendwie so zu packen, dass der keine Luft mehr kriegt, sich nicht bewegen kann oder irgendwelche unglaublichen Schmerzen erreicht, weil er in einem Griff ist. Und dann ist ruckzuck der Kampf auch vorbei, ohne dass die Leute so richtig, die Leute haben das Publikum, but auch. Die kriegen nicht so richtig mit, warum ist denn das jetzt vorbei? Ja, weil da einer Höllenqualen leidet. Und ja. Und Art Zimmerman war halt für den Bodenkampf einfach auch überhaupt nicht eingestellt und nicht vorbereitet. Und wenn du dann noch eine Hand nicht benutzen kannst, weil dir nur ein Handschuh steckt, hast du nochmal gleich mal doppelt so schlechte Karten. Im letzten Viertelfinale treffen der Taekwondo-Kämpfer Patrick Smith und Ken Shamrock aufeinander. Und Ken Shamrock ist ein Schubfighter. Ken Shamrock ist, der ist US-Amerikaner, die heißen auch alle nicht Shamrock. Das sind alles irgendwie Adoptiv- oder Pflegekinder von einem Typen, der weiß ich, glaube ich, auch nicht Shamrock hieß, aber der hat so Troubled Kids irgendwie adoptiert und daraus so eine Kampfsportfamilie gemacht. Und Ken Shamrock macht Shootfighting. Und das ist so ... Shootfighting. Shootfighting. Ich hatte, glaube ich, als wir über Wrestling gesprochen hatten, hatte ich es, glaube ich, erzählt, das ist so beim Wrestling ernst machen. Aha. So, wenn man dann den echten Griff auspackt. Also, das ist schon sehr klar, krass, dem Ringen. Und wenn du dir das später anguckst und wenn ihr euch alle Ken Shamrock anguckt, so, Ken Shamrock sieht von allem mit Abstand am Bösesten aus. Okay. So, das ist so ... Dass ein Kampfstil ist, in der Kneipe was Falsches über Ken Shamrocks Mutter sagen. Sehr gut. Er macht relativ kurzen Prozess mit seinem Gegner, den ich mir nicht mal hier aufgeschrieben habe und zieht ins Halbfinale ein. Am Ende gewinnt Royce Gracie und zeigt die Überlegenheit, das Brazilian Jiu-Jitsu, Entschuldigung, der Korken von der Flasche ist ab. Das ganze Ding explodiert über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und du sagtest das ja auch irgendwie, Ufts, das kennst sogar du als Nicht-Kampfsport-Begeisterter. Und es gab jetzt mittlerweile, das war UFC 1, mittlerweile gab es, glaube ich, UFC 262, wenn wir das hier im Jahr 2022 aufnehmen. Mixed Martial Arts ist ein Riesengeschäft geworden. Umsatzzahlen sind halt schwer zu finden. Brazilian Jiu-Jitsu hat einen Marktanteil bei Kampfsportstudios, von der Zahl der Studios, nicht unbedingt von den Mitgliedern her, von 20%. Ach krass, aber jetzt gehört es in US-amerikanische Zahlen. Genau, das sind US-amerikanische Zahlen. Aber das erfreut sich auch hier, wachsender Begeisterung. Und Gracie, die Familie Gracie, heißt jetzt Gracie Barra. Ich weiß nicht, wie genauen familiären Zusammenhänge weiß ich nicht. Dröselt uns bestimmt aber nochmal ein Hörer auf. Und die sind immer noch eine ganz große Nummer und mit ihrem Kampfsport dick im Geschäft. Ah ja, verstehe. Sehr gut. Ja, das fand ich jetzt total gut, mal zu lernen, weil mir war das tatsächlich nicht klar, dass diese UFC wirklich aus so einem, wir gucken jetzt, also egal, wie berechnet es war oder wie wissenschaftlich das betrieben werden sollte, aber schon mal ein bisschen aus der Frage heraus, wir stellen jetzt hier mal verschiedene Experten gegeneinander, unter einer Regel, die für alle gleich ist, aber wo keiner ursprünglich zu Hause ist. Und dann gucken wir mal. Und am Ende gewinnt unser Mann. Genau. Das finde ich interessant, dass das auch die Geschichte einfach von diesem UFC-Kram ist, der ja immer noch relativ groß ist. Ich glaube, so ein bisschen ist die Luft da auch ein bisschen raus, oder? Ist ja noch erfolgreich wie vor fünf Jahren. Die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber ich habe nach wie vor das Gefühl, also zusammen mit, ich will ihn immer Ewan McGregor nennen, Conor McGregor, also das sind schon auch Weltstars. Und ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendwie nach so einem McGregor, der ja auch eine sehr, sehr große Medienperson ist und auch viel, glaube ich, viel Aufmerksamkeit außerhalb des Sports auf sich gezogen hat und den Sport promotet hat, nebst seiner kämpferischen Leistung. Weiß ich jetzt gar nicht, wie da so die Zahlen sind, ob da die Party vorbei ist, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, so als Breitensport kommt das immer mehr, weil es ist auch, jetzt in Hamburg gibt es immer mehr Mixed Martial Arts Studios. Aber ernsthaft, das ist doch dieses, also gut, ich bin da wirklich auch kein guter Mann für, also was ist kein guter Mann für, ich finde das ja halt wirklich sehr unästhetisch und langweiligen Unfug. Aber, ja, das hat man in seiner Freizeitinteresse jetzt nicht einfach da auf dem Boden zu rollen und ein bisschen rumzuwirken. Ist es da nicht interessanter, wirklich bestimmte Techniken von verschiedenen, also Boxen verstehe ich, ich verstehe jede Art von Kampfsport, was man da macht, weil das ist sportliche Betätigung und hier und Technik und alles. Ja, das, meinst du, das ist ein Breitensport, dass Leute sich da irgendwie so auf die Hürme geben? Es ist auf jeden, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Combat-Sport mit extrem großem, mit extrem großem Wachstum, weil eben so dieses Argument, ja, das ist, das ist effizient. Ja, gut. Der Sport wurde natürlich dann auch, klar, UFC 1, das waren Männer, aber mittlerweile hat es sich, es gibt es ja da auch weibliche Topstars, man denke nur an jemanden wie Ronda Rousey. dementsprechend ist es, glaube ich, für viele Leute erreichbar, du hast den ganzen Körper, du bist relativ schnell, schnell alle und ja, unästhetisch, es gab dann irgendwann einen Revanche-Kampf, ich glaube, es war UFC 2, auch wieder Ken Shamrock gegen Royce Gracie und da liegen sie halt eine halbe Stunde aufeinander und das ist so langweilig. Ja, Das ist für Kenner, das ist für Kenner. Na gut, auf jeden Fall ist ja schon irgendwie klar, das ist ja schon mal kurz der Vorstand quasi, Boxen quasi in die Rente zu schicken, dieser Art von Sport, man ist in den USA, hat wahrscheinlich zur Zeit auch die höheren Einschaltquoten, das kenne ich ja schon alles, aber dass es dann diese Geschichte hat, das ist ja schon ganz spannend. Ja, und wie ich sagte, also sozusagen ästhetisch und von der Technik hat sich in zweieinhalbtausend Jahren da relativ wenig geändert. Ja, ja. Und das ist so ein anderer Ding der Geschichte, das andere Ding der Geschichte, was mir immer so viel Spaß macht, es gibt ja nichts Neues. Gibt es ganz genau, so alter Hut, kalter Kaffee. Gibt es irgendwie Marketing von der UFC, dass sie irgendwie alte Vasen rausbringen mit Conor McGregor drauf? Das wäre doch mal was. Ah, das schneide ich jetzt aber raus, nachher klaut jemand die Idee. Gucken wir mal, vielleicht posten wir es zwischendurch auf unseren Twitter-Account, wo ihr uns auch folgen könnt und uns Feedback geben könnt. unter twitter.com slash ungenugend oder um laut oder wenn euch das zu peinlich ist, schreibt uns eine E-Mail geschichteungenügend mit ue at gmail.com So sieht es aus. Ja, und das endete jetzt meine Idee, die 3000 Jahre auf die Schnauze. Sehr schön, 3000 Jahre auf die Schnauze, ganz genau. Das hat eine schöne Punktlandung im Ring gemacht hier, sehr gut. Ich würde sagen, an der Stelle Abel X. Ich wünsche eine gute Woche, zwei gute Wochen, wie auch immer. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt uns gewogen und ja, macht's gut. Alles Liebe an alle. Tschüss.